Ihr kennt mich alle, ich bin euer absoluter Liebling, Absolute Andy und ich komme wieder nach Lübeck. Und wisst ihr, was das Geile in Lübeck ist? Ich komme da hin und kaufe mir wieder Marzipan, weil auch bei euch gibt es das geile Wiener Marzipan. Das ist so lecker, das muss ich einfach mal sagen. Und was ich noch geil finde an Lübeck, da komme ich einfach hin und da gibt es ein gutes Sprichwort, was ein bekannter Mann gemacht hat, die Scheiße ändert sich, aber die Fliegen bleiben gleich und die Fliegen, die seid nun mal ihr, aber da gibt es noch eine weitere Fliege und die Fliege heißt Michael Knight. Und die Fliege hat aber was, was ich gern will und der ist völlig unverdient. Den dummen Titel und den hole ich mir in Lübeck. Und soll ich euch sagen, warum? Weil diesmal kommt Kitt ihm nicht zur Hilfe. Diesmal gibt es keinen Knight Rider Bonus. Diesmal gibt es nur auf die Fresse von Absolute Andy. So wie ich Erik Schwarz auf die Fresse gehauen habe und dir dein einziges Glück war der verdammte Einroller. Aber diesmal nehme ich dich nicht auf die leichte Schulter, Michael. Diesmal wirst du untergehen. Denn mein Name ist Absolute Andy und ich bin Mr. 100% und ich bring 100% Leistung und ich nehm 100% den Titel mit.